Hallo zusammen und willkommen auf meinem kleinen aber feinen Kanal. Ich bin Negoia und möchte euch im Rahmen von Let's Promo machst dir selbst meinen Kanal mit einigen Worten gerne vorstellen. Überwiegend findet ihr bei mir Rollenspiele, meist Japano-Rollenspiele, die ich auch privat am liebsten zocke. Ich bin noch nicht so lange im Geschäft, habe aber schon ganz hehre Ziele, was zukünftige Projekte angeht. Gerne dürft ihr einen Blick auf meine Projektübersicht in der Kanalbeschreibung werfen. Hier sind nicht nur die Spieler aufgelistet, die ich noch zocken werde oder die ich noch let's playen werde, sondern auch die Wünsche von Abonnenten oder Zuschauern, die mir jederzeit Titel auch zukommen lassen dürfen, die ich dann dort mit draufsetze und aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwann dann auch tatsächlich in Angriff nehmen werde. Ihr werdet hier ebenfalls sehen, dass ich auch den ein oder anderen Genre-Fremdling irgendwann mal zocken oder let's playen werde. So wie es aussieht, beginne ich voraussichtlich noch in diesem Jahr mit Bioshock, ein Resultat aus meiner Umfrage im letzten Abo-Special. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Hier im Hintergrund seht ihr derweil Spiele, die ich schon abgeschlossen habe oder momentan noch zu laufen habe. Alle meine Videos kommen in HD und ihr bekommt täglich neue Videos auf meinem Kanal zu sehen. Gegenwärtig sind das zwei Parts am Tag. Und ja, wer sich jetzt denkt, da hat die Gute ja schon ihren Text zurechtgelegt, dem sei an der Stelle gesagt, dass ich immer so rede und im Grunde genommen auch immer etwas zu erzählen habe. Ihr werdet in meinen Videos selten erleben, dass ich schweige, solange nicht gerade eine Cutscene am Laufen ist oder sich anderweitig irgendetwas Story-Relevantes abspielt. Ich liebe Spiele, die von einer epischen Story getragen werden. Dadurch fallen meine Let's Plays auch etwas länger aus als die meiner meisten Kollegen. Das bezieht sich sowohl auf die einzelnen Folgen als auch auf die Parts, die ein Let's Play insgesamt bei mir beinhaltet. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, der wird mit Videos belohnt werden, die einen so richtig schön in das Spiel eintauchen lassen. Denn ich halte meine Klappe bei Cutscenes. Ich quatsche auch mit NPCs und ich kann mich so richtig schön oder auch unschön, wie man möchte, in die Charaktere und ihre Situation reinsteigern. Ich biete euch kein Minecraft und kein Battlefield und Konsorten, dafür aber ganz wunderprächtige Titel, die in meinen Augen viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Schaut am besten selbst mal rein, denn warum viele Phasen, wenn man auch viel einfacher zu einem Fazit kommen kann. Ich danke an der Stelle für eure Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß beim Zuschauen, Mitfiebern, Auslachen, ganz wie es euch beliebt. Ciao!